So, und jetzt ist die Frage, hier haben wir das Denkmal. Ne, nicht das Denkmal, wir haben das Grab hier. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit den Lichtern? Soll ich mir vielleicht mal aufschreiben? Könnte ich eigentlich mal kurz mal machen. Aber das passt eigentlich nicht zum Spiel. Wir haben ein verdammtes Notizbuch. Und trotzdem schreiben wir es uns nicht auf. Äh, und trotzdem, äh, steht da ja nichts drin. Ähm, komm, ich schreibe es mir mal kurz auf. Sekunde! Und zwar... Wir haben gelb... Jetzt fang ich jetzt einfach mal von links an. Gelb, rot, gelb, blau, rot, 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 gelb, blau, blau. Aber das sind doch lange nicht so... Das sind doch lange nicht alle. So, okay. Huch, kommen wir zurück. Komm, wir machen mal einfach einen Tipp. Gehe jetzt zum Aussichtspunkt auf der Klippe. Zieh durch das Fernrohr und notiere, das muss... Ja... So geht das natürlich auch. Boah. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Schön. Und vor allem, was geil ist, ja, er hat das Boot ja gar nicht umgedreht. Er fährt einfach mit dem Boot, dessen Motor ja links ist. Also von uns aus gesehen, jetzt links ist, fährt er ja einfach mal in die falsche Richtung. Das geht gar nicht. Ach ja. Reden wir nicht drüber. Das wäre wieder dieser Punkt, Logik in Wirbelbildspielen. Besser gesagt, nicht vorhandene Logik in Wirbelbildspielen. Weiß ja auch, dass das eine oder andere Wirbelbildspiel gibt, das da ganz anders ist. So, gehen wir wieder zurück. So, und was wird wohl in dieser Kiste drin sein, die da verschlossen ist? Ich weiß es nicht. So, Schlüssel haben wir noch keinen. Ähm, genau, Aussichtspunkt sollen wir gehen. Und zur Klippe und... Ah, so sieht's also aus. Ah, so sieht's also aus. Interessant. Können wir da auch jedenfalls währenddessen reingucken? Ah, perfekt. Er notiert sich ja doch was. Das ist ja richtig cool. Man sieht's jetzt sogar in der Zeichnung, das, was notiert ist. Das ist ja richtig geil. So. Ah, halt. Ah, es war in der Stadt. Stimmt, es war in der Stadt bei dem Toten. Oh, nee. Ach. Ja, Straße zur Stadt. Stadt. Hauptstraße. Wo war das jetzt? Da war das. Genau. Dann hier rein. Und dann nach oben. Und dann hier. So. Wir haben also Rot. Gelb. 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 Gar nichts. Rot. Blau. Rot. Gelb. Nein. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Blau. Blau. Und wir kriegen... äh... ein Ventil. Brauchen wir das etwa auch für den Taucheranzug? Probieren wir einfach mal aus. Nehmen wir mal einen Scheinwerfer. Tatsächlich. Und, Ventil. Nein. Mist. Das ergibt keinen Sinn. Ja, super. Untersuchen. Ach, hier muss das Ventil hin. Ah. Und jetzt? Ah, wir brauchen genau 150. So, dann werden jetzt Mathematikkenntnisse. Oh Gott. Zeit. Zeit. Also, es geht überhaupt nicht. Hä? Ah. Es explodiert. Jetzt habe ich ihn gerade eingestellt. 80. Oh, es war ja viel zu viel. Achtung, Scheiße. Ähm. Moment, wir brauchen 80. 80 sind 160. Äh. 55. Aber wir brauchen 150. Genau, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht so genau erkennen, ob das... Wir machen einfach mal... Zack, zack. Zum Ausprobieren. Ja, reicht nicht aus. Das ist klar. 55. 85. Und 5... Ah, ja. Na, bitte. So, das hätten wir also auch. Und jetzt haben wir alles. Ah, funktioniert. Jetzt kann Sauerstoff in den Taucheranzug. Ah. Der Weg in die versunkene Stadt ist nun passierbar. Auf geht's. Oh, cool. Was haben wir denn? Ach du meine Güte. Da, da. Ah, so müssen wir es machen. Die 5 war also richtig. Ah, ha, 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 ha. Ich hab grad irgendwas gedrückt und es hat einfach gestimmt. Ach, wie geil. So, ah, so müssen wir es also machen. 5, 6, 9 machen wir einfach mal. Was? Also, ähm, 4. Was ist jetzt gelb? Ah, richtig, aber an der falschen Stelle wahrscheinlich. Ach, ne. Ja, war natürlich jetzt blöd. 1, 9 und... 5, nee, Moment. Ach, verdammt. 6, 9, 1, 2. 1 ist richtig an der dritten Stelle. Machen wir mal... 9, 6, 1, 4. Okay, 9 und 1 ist richtig. Machen wir mal 9... 8... 1, 6. Okay, 9, 1, 6 ist richtig. Dann machen wir mal 9... 7, 1, 6. Yes. Gehen wir mal weiter. Das Wasser wird immer höher. Oh Mann, jetzt mit 5. Okay, 5 und 3 sind schon an der richtigen Stelle. Machen wir mal... 6, 7, 7... Also, 5, 3. Mit 5, 3. 5, 3. 6, 9, 5, 3, 1. Oh! 5, 3, 1 die letzten beiden. Also, 9, 6, 5, 3, 1. 9, 6, 5, 3, 1. Yes. Ja! Perfekt. So, nach rechts. Und... Eine Leiter. Wow! Cool! Da haben wir schon ein Wimmelbild. Münze, Fahrer, Muschel. Fahrer? Münze, Fahrer, Muschel. Da ist ein Auge im Auto. Da gab es nochmal diesen einen Film, oder? Mit diesem durchgedrehten Auto, das dann die Leute umgebracht hat, das ins Auto eingestiegen sind. Das ist pervers. Naja, gut. Fahrer, Muschel. Ist auch eigentlich ganz cool gemacht, dass hier so dieses Fenster vom Anzug immer so hin und her schwenkt. Schon zusätzliche Schwierigkeiten ein bisschen. Fahrer und Muschel. Fahrer und Muschel. Eine Muschel. Wo haben wir die denn? Die haben wir hier. Und da ist der Fahrer. Oh, von dem ist ja noch viel übrig. Klee, Telefon und Baseballschläger. Klee. Telefon und Baseballschläger. Schon wieder ein Baseballschläger. Dass die Leute hier alle Baseballschläger haben, sind wir hier in Amerika oder was? Das wäre wahrscheinlich schon. Telefon. Telefon. Königin. Die ist wahrscheinlich hier oben. Puzzleteil und Spritze. Puzzleteil. Und eine Spritze. Die ist hier. Fächer, Zigarre, Zigarre, Dartpfeil. Fächer. Zigarre. Zigarre und Dartpfeil. Zigarre. Und der Dartpfeil steckt wahrscheinlich wieder irgendwo. Dartpfeil. Dartpfeil. Ne, da oben ist er. So, dann hätten wir das gelöst. Und wir kriegen die Königin. Ach, das ist ein Schachflieger. Ah, jetzt verstehe ich's. So, was haben wir denn noch? Was schwimmt hier rum? Was ist das? Ach, das ist von dem Bild. Ach, das sind Bildreste, was hier rumschwimmt. Einfach so ein Bild. Fotofragment. Nichts als Gammel und Verfall. Stimmt, hier noch ein Fotofragment? Ne. Gehen wir mal kurz weiter hier. Noch mehr Fotofragmente. Was haben wir hier noch? Wie ist das möglich? Die Daterne erzeugt ein fahles Licht. Und die Kirche leuchtet auch. Alter, das sieht voll krank aus. Und jetzt? Ach, das Bild. Oh, Mann. Können wir drehen? Ne, können wir nicht. Komisch. Oder können wir? Ne, können wir wirklich nicht. Das ist ja blöd. So, müssen wir mal gucken, was da oben dazu passt. Ne, ne. Hä, können wir echt nicht drehen? Das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Und das passt doch da oben rein. Wie drehe ich denn jetzt? Äh. Ja, und jetzt? Ich würde gerne... Hä? Oder doch nicht? Ah, das passt auf jeden Fall schon mal. Ach, oder kann man das hier... Ne, das kann man auch nicht bewegen. Blöd. Seltsam. So. Ne. Ja. Ähm, ja. Ne. Ah. Na. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Da fehlt ja noch einiges, oder? Das Bild ist irgendwie verdammt groß. So. Tja. Das Bild der Braut. Geh mal zurück zum Kirchenhof. Und hier müssen wir jetzt noch irgendwo die Schnipsel einsammeln. Aber wo, wo können die sein? Wir gehen mal in die versunkenen Residenz. Da sind die wahrscheinlich. So, da haben wir einen. Ich weiß, dass da oben ein Wild ist. Ich gucke mich trotzdem... Ach, scheiße. Da war gerade sogar noch einer. Da. Oh, die Augen kommen mir bekannt vor. Ich ahne Übles. Ah, das ist wahrscheinlich, oder? Das ist wahrscheinlich die Dings, die Braut, oder? Pferd, Tintenfisch und Stern. Pferd, Pferd, ein Pferd. Tintenfisch und Stern. Hier haben wir das Dreirad schon mal. Boah, Stern. Muss ich da mal ein bisschen anders hinsetzen. Tintenfisch. So, wo haben wir das Pferd? Das Pferd ist hier. Zigarre und Federball. Das ist Bild, unter was es so gut erhalten ist. Naja, gut, ist wahrscheinlich in einer Glasscheibe. Zigarre. Und ein Federball. Wow, könnte hier ein Federball sein. Matroschka-Puppe. Eine Matroschka. Nur wo... Ah, da ist die. Ballon und Wimpel. Ballon und Wimpel. Wimpel. Ballon. Ballon, Ballon, Ballon. Ballon. Lange Feder, Diamant und Tennisball. Eine lange Feder. Das ist keine lange Feder. Und da ist der Federball. Lange Feder, Diamant und Tennisball. Diamant. Tennisball. Haben wir hier einen Tennisball. Vielleicht hier außen irgendwo. Hier ist ein toter Fisch. Aber ein Tennisball. Und eine lange Feder, die haben wir hier. Und jetzt hat der Tennisball. Tennisball. Aber wo? Puh, Freunde. Freunde, Freunde. Wo ist der Tennisball? Das sind Äpfel und Birnen und kein Tennisball. Komm. Ach, was sonst. So. Wir wissen letzte Zeit irgendwie alles mit dem 3-Gewinn-Modus. Ich hätte es ja gerne anders gemacht, aber es dauert einfach zu lang. Besser gesagt, es dauert mit dem 3-Gewinn-Modus jetzt auch verdammt lang. Aber... Bumm. So. Genau, runter da. Wunderbar. So. Oh Mann. Das gibt es ja wohl nicht. Ach, komm. Das gibt es nicht. Komm. Im Hintergrund, der Töne natürlich gleich, wie immer, die gleiche Musik. Aber ist eigentlich ganz schön. Kann man nichts dagegen sagen. Soundtrack und Feeling sind eigentlich für ein Wimmelbild echt gut. Ich kenne da ganz anderes. Machen wir hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Uiuiuiui. Jetzt aber. Feuer frei. Na, immerhin. Oh, nee. Wenn ich jetzt hier... Nee, das machen. Ah, doch so kannst du... Ah, ja. Ich dachte eben schon. So, und den Tennisball. Und jetzt weiter geht's. Und der ging ein Pferd. Welch Wunder. Da haben wir noch ein Bildschnipsel. Wer ist diese Frau? Da haben wir noch ein Bildschnipsel. Wer ist sie? Und hier haben wir ein Schachbratt. Da stellen wir uns einfach mal das Pferd und die Königin schon mal drauf. Jetzt führen wir eine Runde Schache. So. So, das nehmen wir jetzt mit und stellen es gleich wieder drauf. Und jetzt ist es eine Runde Sch... Mh, manche dieser seltsamen Symbole sehen gleich aus. Äh. Sollen wir jetzt Schach spielen, oder? Hä? Hä? Wie bitte was? Ah, nee. Das ist... Das hat mit Schach gar nichts zu tun. Das ist... Das ist einfach nur... Genau, das ist einfach nur... Dings. Wie heißt das? Jetzt hat mir der Name zu dem Dings nicht mehr ein. Zu diesem ganz berühmten, bekannten Spiel. Aha. So. Ja, das haben wir auch. Moment, das hatten wir hier auch schon mal. Ja. So. Ach, du heiliger Scheiße. Das kann ja ewig dauern. Vor allem, wenn man es so macht, wie ich es mache. Das hatten wir hier auch schon mal irgendwo. Nee. So, perfekt. Das ist nicht hier oben auch schon mal irgendwo. Da hinten. Okay, die haben wir auch. Ja, ich dachte, wir können jetzt hier eine ganz ruhige Partie Schach spielen. Das wäre ganz cool gewesen sogar. Da, äh... Da, äh... Gut, ich habe schon Jahre kein Schach mehr gespielt, aber... Ich glaube, ich weiß noch, wie das... Wie es halbwegs geht. Naja. Zack und zack. Haben wir auch. Ui, 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 Freunde. Das ist... Ich suche jetzt mal ganz bewusst nach dem Zeichen einfach. So. Haben wir auch noch auf dem Weg das hier gefunden. Jetzt habe ich da vergessen, wo das andere Zeichen war. Ah, ja. Okay. Ne, 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 ja. Ja, so, genau. Puh. Die Möglichkeiten werden geringer. Wartet mal. Genau, das war doch hier. Was haben wir? Hänge ich hier, hier und hier? Ne. Hier und hier. So. Ja, wunderbar. Wunderbar. Natürlich nicht. So, und die letzten beiden noch. Boah, dann haben wir es doch geschafft. Ui, 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 ui. Und wir haben einen Knopf. Und jetzt. Wow. Und da ist ein versteckter Raum. Was wird sich darin befinden? Ja, das erfahren wir in der nächsten Aufnahmesession. Denn ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Danke fürs Zuschauen. Euer Fennec.